Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Bubble Time. Der 28. Spieltag ist in der Bundesliga gespielt und wir haben ja so einige interessante Ergebnisse an diesem Spieltag beziehungsweise eine interessante Erwicklung sowohl im Abschließkampf als auch oben an der Tabellenspitze und darüber möchte ich heute in diesem Video reden. Ich werde alle Spiele nochmal durchgehen, abgesehen vom Spiel von Hannover gegen den Hamburger Sportverein. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Die Meinung dazu beziehungsweise den Vlog dazu, den findet ihr auf meinem Kanal und jetzt kommen wir direkt mal zur Bundesliga. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Links in der Videorschau zu Instagram, Facebook, Twitter, Renderan, alles mal rauschecken. Gerade Instagram ist wichtig und schreibt mir gerne auch eure Meinung zu den ganzen gespielten Partien in die Kommentare. Das lese ich mir sehr gerne durch und werde auch weiter darauf eingehen. Des Weiteren werdet ihr auf Twitter jetzt wieder aktiver sein. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, da ist wahrscheinlich die größte Gelegenheit beziehungsweise die größte Wahrscheinlichkeit momentan, dass ich da antworte. Starten wir, würde ich sagen, durch und gehen ganz kurz vorhin in die zweite Bundesliga, gerade für Hannover-Fans, ja unglaublich interessant, was da jetzt so passieren wird in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten noch. Denn ich sage mal, wir haben in der zweiten Liga eine starke Mannschaft aus Leipzig, eine starke Mannschaft aus Bochum, eine starke Mannschaft aus Nürnberg, eine durchschnittlich gute Mannschaft aus Braun, Peine Ost und dazu noch eine gute Mannschaft aus Pauli, eine ordentliche Mannschaft aus Heidenheim. Lautern wird nächstes Jahr auch wieder angreifen, aber da können nur drei von aufsteigen. Und das sind momentan Leipzig, Freiburg, die heute Abend noch gegen Fürth spielen und Nürnberg. Ja, also zumindest Nürnberg auf dem Relegationsrang. Ich habe mal durchgerechnet, selbst im unwahrscheinlichsten Szenario, dass 96 alle Spiele jetzt gewinnt und die Konkurrenz nur teilweise punktet, ist 96 am letzten Spieltag auf dem Relegationsrang. Und davon auszugehen, dass Augsburg zu Hause gegen Hamburg gewinnt und Frankfurt auswärts in Bremen, wäre Hannover trotzdem abgestiegen. Das heißt, das Thema ist durch und die zweite Liga ist noch relativ spannend. Allerdings wird sich nur entscheiden, wer geht in die Relegation. Leipzig, Freiburg oder Nürnberg? Pauli ist da, denke ich, raus. Es sind zehn Punkte Rückstand. Es sind zwar so gesehen noch sechs Spiele, aber das ist genauso viel, wie 96 aufholen muss. Und das wird schwierig, gerade weil die oben punkten werden. Davon ist auszugehen, anders als bei Hannover. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir wirklich zur Bundesliga und zwar zur ersten. Und da hatten wir sehr interessante Ergebnisse angefangen am Freitagabend. Da haben wir ja das Spiel gehabt, dass El Plastico, wie es Kicker, glaube ich, liebevoll genannt hat, Bayer Leverkusen zu Hause in der Bayer Arena gegen den VW Wolfsburg. Beide Teams mit Champions League Ambitionen und wie ist das Ganze passiert, relativ eindeutig. Ich habe es nicht gesehen, das Spiel, ich habe auch die Highlights gesehen. 3 zu 0 für Bayer 04 Leverkusen, Wolfsburg komplett deklassiert. Vor der so wichtigen Aufgabe in der Champions League für den größten Spiel der Vereinsgeschichte gegen Real Madrid mit 3 zu 0 vom Platz gefegt. 1 zu 0 relativ früh, viel zu einfach. Julian Brandt geht da wunderbar durch mit dem Doppelpass mit Schalanolu. Und der Ex-Wolfsburger macht den Ball dann rein, da bewegt sich Bayer auch kein Stückchen. Allgemein hat Benayo nicht so wirklich Bock, sich zu bewegen, das war aber ein 2 zu 0 der Fall. Wunderbares Pressing gespielt von Cicciarito, dann bleibt Dante liegen. Das Ganze wird nicht ins Aus gespielt, dazu kommen wir später nochmal mit dem Spiel von Hoffenheim gegen Köln. Ist fragwürdig, aber dann nimmt Cicciarito, den man an der 16er Kante, und zirkelt in die lange Ecke. Natürlich kann man sagen, der war perfekt getroffen, der geht genau in den Innenpfosten und rein. Aber trotzdem bleibt auch da Benayo nur wieder still. Und ich frage mich, was ist mit Benayo los? Ist der zu alt geworden? Leidet der in Altersschwäche, dass der sich nicht mehr auf den Boden werfen will? Ich bin der Meinung, Castells hätte es wenigstens versucht. Er sah in meinen Augen doch recht unglücklich aus. Und dann, natürlich war es noch nicht vorbei. Es kam noch das 3 zu 0 durch Jurtschenko, den ukrainischen Zentral-Offensive-Mittelfeldspieler, den eigenen Nachwuchsspieler. Und das war auch wieder wunderbar gemacht, abgelegt. Und dann wolle in die rechte Unterrecke. Klasse Tor, gar keine Frage. Und Leverkusen zeigt, dass sie ja so ein bisschen der Champions-League-Favorit eventuell noch sind. Momentan auf der Wellenplatz 5. Es stehen da vor die Hertha, es steht da vor Gladbach. Mainz noch dahinter mit einem Punkt Rückstand. Aber ich denke, Leverkusen wird sich da oben noch einmischen. Die Frage ist, kann Hertha sich halten in der Champions-League, beziehungsweise auf den Champions-League-Rängen? Das wird die große Frage sein, die wir zu betrachten haben. Momentan sieht es nicht so aus, beziehungsweise nach diesem Spieltag sieht es nicht so aus. Denn die kassieren selber eine richtig hohe Klatsche. Aber wir kommen zunächst einmal zum Samstag. Und am Samstag haben wir dann Darmstadt gegen Stuttgart. Ja, Darmstadt kommt gut rein, dank Serie-ID. Ganz blöder Fehlpass. Stuttgart steht hinten eigentlich ganz gut in der Rückrunde bisher. Machen ja gute Arbeit in meinen Augen. Das Team der Rückrunde, zumindest am Anfang gewesen. Haben sich auch gut unten rausgespielt, gar keine Frage. Aber dieser Pass, den lässt Wagner sich natürlich nicht entgehen. Macht das 1-0. Gute Antwort kurz vor der Pause. Traumtor von Gendner. Den kannst du nicht besser nehmen, den Volley. Und dann saß nach Rupps Tor. Das ist auch sehr schön gemacht, weil Volley so aus, ob Stuttgart da bleiben würde. Ich habe ja gesagt, Stuttgart gewinnt das Ding. Allerdings hat Darmstadt geantwortet. Stuttgart ist anscheinend nicht mehr so viel gelungen. Und im Endeffekt war es dann niemehr, der im Ball einköpft. Mehr oder weniger Abstiegsgipfel. So wurde es zumindest betitelt. In meinen Augen gar nicht mal so Abstiegsgipfel. Darmstadt steht weiter unten drin. Stuttgart ist in meinen Augen raus, denn die sind einfach zu stark. Trotzdem nur ein 2-2. Weiter in Tabellenhelfter. Noch nicht ganz gerettet. Muss noch ein bisschen was passieren. Ingolstadt gegen Schalke. Ingolstadt 10. Sensationelle Saison bisher von den Schanzern. Schalke momentan noch auf Tabellenplatz 4. Aber das war alles andere als gut. 3-0 auswärts bei einem Aufsteiger. Und das vorm Revierderby. Das kannst du normalerweise keinem Fan verkaufen. Ganz, ganz schwache Vorstellung der Schalker. Das 1-0. Naja, ist ein Elfmeter. Bitter, dass Kaysara da ihn am Fuß trifft. Aber das war dann gut geschossen. Das 2-0 dann ganz, ganz einfach gespielt. Und natürlich auch ein klasse Abschluss von Lukas Hintersee. Ja, gar keine Frage. Durch die Hosenträger von Fehrmann. Ich weiß nicht, kann er den halten? Wahrscheinlich eher nicht. Da hat er eigentlich keine Schuld dran gehabt. Aber die Defensive war aber nicht gut genug. Und wo wir bei der Defensivarbeit sind. Was war denn das beim 3-0? Geis will den rausschlagen. Da Costa setzt den Unterdruck. Und Lascano vollkommen ungehindert. Macht das 3-0. Also es war defensiv. Nichts von Schalke offensiv. Weiß ich nicht. Ich habe nur die Highlights gesehen. Aber anscheinend auch nicht so viel. Da hätte auf jeden Fall mehr kommen können. Mehr kommen sollen. Mehr kommen müssen. Fragezeichen. Aber so reicht es in meinen Augen. Weder für Europa noch für die Champions. Warum haben wir eigentlich gesagt auf Tabellenplatz 4? Warum steht denn das da? Auf Tabellenplatz 7 sind die mittlerweile zurückgefallen. So reicht es weder für die Champions League. noch für die Europa League. Ich denke mal, das wird ganz, ganz eng für die Schalker. Denn sind wir mal ganz ehrlich. Mainz spielt momentan stark. Leverkusen spielt stark. Die Hertha kommen wir gleich nochmal zu. Gladbach spielt boxstark. Wolfsburg, okay. Ingolstadt eher nicht. Hamburg eher auch nicht. Aber das war auf jeden Fall ein ordentlicher Punch für Schalke. Und zwar direkt ins Gesicht. Gehen wir weiter und kommen zu Mainz gegen Augsburg. Gerade angesprochen Mainz auf dem Weg nach Europa. Klasse Vorstellung gegen Augsburg. Anfangs ein bisschen schwach. Gut weiterlaufen lassen vom Schiedsrichter. Kayoubi macht das 1-0. Gute Antwort dann wieder von Clemens. Er hat das klasse gemacht. Er hat die beiden einfacheren Doppelpacken, beziehungsweise den einfachen Doppelpacken schnürt. Hat da schön in die lange Ecke voll Ende. Dann kommt De Blases. Klasse Pressing von Latzer. Ganz, ganz schlimmer Feber. So in der Defensive weiß ich gar nicht von wem. Latzer ist dann schneller am Ball als der Außenverteidiger. De Blases macht das ganz, ganz cool. Geht am Torwart vorbei. Und das kann er halt. Er ist klein, er kann dribbeln. Das zeigt er da. Schöner Abschluss. Dann kommt der 2-2-Ausgleichstreffer. Das war stark immer von Kuh. Gar keine Frage, wie er den im 16 annimmt und unter die Latzer haut. Das musste erst mal so nachmachen. Wunderschönes Tor. Aber reicht halt nun mal nicht. Augsburg auch noch ganz, ganz tief unten im Abstieg. Sumpf unten drin. Wir sind in meiner Prognose, die ich gemacht habe, wo 96 ideell alles gewinnt, auch mit abgestiegen. Beziehungsweise am letzten Spieltag halt auf dem 17. Tabellenplatz, während Frankfurt 18. wäre. Frankfurt hat ein unglaublich schweres Restprogramm. Hannover übrigens auch. Ich glaube, auch für Frankfurt geht es runter. Dazu kommen wir gleich. Ja, dann ein wunderschönes Tor von De Blases mit dem Kopf in die lange Ecke. Wunderbare Flanke auf den zweiten Pfosten. Da steht er komplett frei und köpft den in eine lange Ecke in den Winkel rein. 1,65. Trotzdem so ein starker Kopfball. Musste erst mal machen. Und dann natürlich die Entscheidung. Starke Konter wieder De Blases mit der Vorarbeit und Clemens. Naja, war da nicht mehr so schwierig. Hat aber trotzdem stark gemacht. Also zwei Doppelpacker bei Mainz. Und die sind auf Europakurs. Wenn man sich das mal so anguckt. Momentan einen Punkt hinter Leverkusen. Einen Punkt hinter Gladbach. Und nur vier Punkte hinter Hertha. Hertha hat auch kein leichtes Restprogramm. Das könnte auf jeden Fall was werden für Mainz. Wahrscheinlich in die Champions League. Aber Europa League ist auf jeden Fall drin. Und das verdienen sie sich auch. Denn in meinen Augen spielen die eine richtig gute Saison. Und sind eine richtig sympathische Truppe mit richtig sympathischen Fans. 39 zu 38 Tore. Da läuft nicht wirklich was. Aber wir kommen zu einem anderen Team, an dem es nicht läuft. Hannover gegen Hamburg. Muss man nichts zu sagen. Hamburg rettet sich mehr oder weniger unten raus. Und Hannover ist abgestiegen. Bayern gegen Frankfurt. Frankfurt weiterhin im freien Fall nach unten. Natürlich nur 0 zu 1 in der Allianz Arena. Das ist nicht schlecht. Hinspiel 0 zu 0 gespielt. Aber nichtsdestotrotz reicht das nun mal trotzdem nicht. Ribery mit einem absoluten Traumtor. Den musste er erstmal so nehmen. Ja, Götze. Ja, schießt aufs Tor. Radetzki währt den ab. Und aus 17, 18 Metern mehr Fallrückzieher vom Franck. Ja, dass du den so triffst, ist nicht selbstverständlich. Natürlich gute Einlage. Anders konnte er den wahrscheinlich nicht nehmen. Aber trotzdem nicht selbstverständlich, dass du den so triffst und so reinmachst. Er hat die Klasse dafür. Das zeigt er da. Traumtor absolut. Dann kam Frankfurt. Einmal mit Sonny Gittel vor das Tor. Vom Bayern kam auch nicht mehr so viel. Schöner Freistoß von Alonso. Gute Chance immer von Müller in der Schlussminute. Aber so reicht es gegen Benfica nicht. Für Frankfurt reicht es so. Und im Endeffekt ist das ja das, was zählt. Drei Punkte für die Bayern, die weiterhin vorne sind mit fünf Punkten vor. Borussia Dortmund. Und Frankfurt momentan auf Tabellenplatz 17 mit 27 Punkten. Gleich viele wie Augsburg. Ein Punkt weniger als Bremen. Ein Punkt weniger als Hoffenheim. Aber das sieht trotzdem momentan ganz, ganz süß aus für die Eintracht. Vor allem bei den Aufgaben, die in den nächsten Wochen kommen werden. Ich glaube, Frankfurt geht mit Hannover ab. Die Relegation, das ist noch ein großes Fragezeichen. Dortmund gewinnt gegen Werder Bremen. 3 zu 2. Das war eine engere Partie, als man sich eventuell ausmalen konnte. Obermiang mit dem schönen Führungstreffer. Dann kommt Bremen zurück. Galvez abgefälscht von Castro. Und direkt danach quasi Junuzovic mit einem wunderschönen Tor. Das war nicht so erwartet. Aber Dortmund, ich habe schon gewusst, als das 2 zu 1 gefallen war für Bremen. Die kommen nochmal zurück und die kamen nochmal zurück. Kagawa eingewechselt mit dem schönen Tor. Und Ramos mit dem Kopf war viel zu frei. Bremen hat einfach defensiv nicht die Qualität. Beziehungsweise hat sie in diesem Spiel nicht gezeigt. 57 Gegentore. Das sind immer noch die meisten in der Liga. Sogar Hannover mit 52 noch 5 weniger. Sieht nicht so gut aus. Dafür schießt Bremen. Auch Tore hat man auch da wieder gesehen. War ganz gut gemacht. Allerdings reicht es, wie gesagt, so nicht. Gegen kleinere. Da könnte das zu Hause mit der offensiven Qualität reichen. Ich denke, sie können sich unten raus befreien. Es sieht trotzdem eng aus. Sie können in die Relegation reinrutschen. Reinrutschen werden sie das machen. Ist die Frage in meinen Augen an Augsburg genau das gleiche. Ungefähr von der Schwierigkeit her das gleiche schwierige Programm. Auch Darmstadt kann auch unten reinrutschen. Die haben aber schon mal zwei Punkte vor. Also es wird ganz, ganz eng. Hoffenheim wiederum. Am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Um 17.30 Uhr gespielt. 1 zu 1. 19. Minute Kevin Volland. Große Frage. War das verdient? Natürlich nicht. Köln hat die meiste Zeit besser gespielt. Hätte vielleicht den Elfmeter bekommen sollen. Haben sie ihn nicht bekommen. Zoller macht das 1 zu 0. War schön gemacht. Gar keine Frage. Aber dann haben sie die Chancen vergeben. Haben auf Zeit gespielt. Haben sich hinten reingestellt. Und das wurde halt bestraft. Auch auf Fünferkette umgestellt. Klünter eingewechselt. Bundesliga-Debüt. Hartl eingewechselt. Der hat nicht das Bundesliga-Debüt gehabt. Aber auch noch ein ganz unerfahrener Mann. Dann bleibt Klünter liegen nach einem Zweikampf gegen Vargas. Man kann spekulieren. War es faul? War es kein faul? Aber es ist die Nachspielzeit. Und kein Verein der Welt passt beim Rückstand in der Nachspielzeit den Balance aus, wenn sie eine Kontersituation haben. Danach hätte aber Kramaric drei, viermal gestoppt werden müssen. Aber der macht das da klasse am gegnerischen 16. Er setzt sich wunderbar durch. Der Schuss von Horn auch nicht optimal geklärt. Und Volland rutscht rein. Und Volland macht das Tor. Hat allgemein eine gute Partie gezeigt. Vielleicht der beste Hoffenheimer auf dem Platz. Und dementsprechend das 1 zu 1 für die TSG. Die jetzt ebenfalls bereits 28 Punkte haben. Sie sammeln ordentlich. Zuletzt er gegen Hamburg gewonnen. Jetzt unentschieden gegen Köln. Sie scheinen sich ein bisschen zu mausern. Und es scheint so, als ob die da unten rauskommen würden. Was natürlich auch logisch ist. Irgendwo. Denn die haben die Qualität im Kader. Und die müssen da unten eigentlich gar nicht stehen. Die sollten viel weiter oben stehen. Nächste Woche geht es dann für Hoffenheim gegen. Gegen, gegen, gegen. Eintracht Frankfurt. Das heißt absolutes Abstiegsduell. Und wenn sie das gewinnen, dann ist Frankfurt noch weiter unten drin. Und Hoffenheim denke ich mal relativ raus. So, letztes Spiel. Über das wir noch nicht gesprochen haben ist. Ja, Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin. Ich habe es gesagt. Berlin gegen große Mannschaften gefällt mir noch nicht so gut. Ich habe dann Kritik geerntet. Allerdings hat sich das bestätigt, was ich gesagt habe. 5 zu 0. 5 zu 0. Fertig Gladbach die ab. Und das beginnt mit einem Fehler von Jarstein. Dann schönes Tor von Hazard. Und dann geht es weiter. André Haar mit einem schönen Tor. Hermann mit einem Tor. Dann kommt nochmal Hazard. Und dann kommt Raouret. Alles Geschenke eigentlich. Das sah alles nicht so stark aus bei Hertha hinten drin. Das sah eher so ein bisschen, naja, unteres Mittelfeld aus. Und die Champions League Ambition. Ich bin sowieso sicher, dass Hertha noch aus den Champions League Rängen zumindest rausfallen wird. Dardai macht einen klasse Job. Gar keine Frage. Aber trotzdem denke ich, dass für Hertha es auch gut ist, wenn sie nur Europa League spielen. Weil Champions League gerade in der Quali sehen sie in meinen Augen nicht so gut aus. Zunächst kommt jetzt auch mal Hannover 96 zur Hertha. Dafür spielt Gladbach aber, die halt momentan noch hinter ihnen stehen, gegen Ingolstadt auswärts. Und Leverkusen spielt gegen den 1. FC Köln im Derby. Auch Mainz kann theoretisch noch nach oben rutschen. Die spielen wiederum auswärts in Wolfsburg. Das wird eine schwere Aufgabe. Aber trotzdem denke ich, Gladbach wird auf Platz 3 noch rücken. Leverkusen auf Platz 4. Und Hertha geht auf Platz 5 in die Euroleague. Allerdings nicht mit solchen Vorstellungen. Das muss auf jeden Fall besser werden. Gegen Hannover werden sie wahrscheinlich gewinnen. Gar keine Frage. Danach allerdings kommt die TSG zu Hause. Wird auch nicht gerade einfach. Und am 31. Spieltag. Ich hatte doch irgendwas Schweres, hatte ich noch auf dem Zettel. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Gegen Bayern, genau. Da war es. Am 31. Spieltag gegen Bayern. Und dann könnten sie schon hinter diesen drei genannten Vereinen stehen. Beziehungsweise hinter diesen zumindest zwei genannten Vereinen. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dazu natürlich 96 hat den neuen Trainer Daniel Stendel. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, das Video, was ihr dazu gemacht habt, findet ihr auch auf meinem Kanal. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Macht's gut. Und tschau. Macht's gut. Und tschau. Macht's gut.